I want control, you want control, I wanna take you where you wanna go, I'm in my mind and you got my soul, girl you're so fine and everyone knows and you got a glow Jo Leute was geht, willkommen zu diesem neuen Video, heute geht es mal nicht um das Arena Video, das kommt auf jeden Fall in ein paar Tagen online, ich hab's euch versprochen, ich hab ja die Umfrage gemacht Da könnt ihr auf jeden Fall jetzt noch abstimmen, was für nächste Videos kommen werden, die Umfrage findet ihr bei dem Community Post, aber jetzt geht es erstmal um dieses Video Und so hab ich einen Streamer mit durchschnittlich 400 bis 500 Reviewern, ich würd sagen, ihr bist in dem Stream genervt Ich weiß nicht, ob einige von euch Thematic kennen, aber der hat vor kurzem 100.000 Abonnenten erreicht Und der macht momentan ziemlich regelmäßig 24 Stunden Streams, ich weiß auch nicht, wie ihr das bekommt, aber auf jeden Fall schafft er das irgendwie Und dann dachte ich mal, ich mach Just for Fun einfach mal bei ein paar Rotations und Boxfights mit Und ich weiß ganz genau, dass Thematic mich kennt, also ich hab ihn auch auf WhatsApp und wenn er den Namen Alvi sieht, dann sollte er mich auf jeden Fall erkennen Aber ich zeige euch ganz kurz, nur zum Vorgeschmack, zwei Clips von dem heutigen Video, damit ihr mal merkt, wie mad er am Ende auf mich war Perfekt Oh man, Leute, spammt mich nicht ständig ab, man Wer ist denn das gewesen, wer ist das, den kenn ich nicht Don't kill, den wollte ich gerade kriegen Naja, egal Egal Okay, wartet mal kurz Ich nerv ihn jetzt Ich nerv ihn jetzt Ich nerv ihn jetzt Er hat auch ganz am Ende der Runden, wenn irgendjemand eine Runde gewonnen hat, immer gelobt und GG es gesagt Und für mich hat der GG nur einmal den Chat spammen lassen Also mir ist es natürlich egal, ob man irgendwie GG am Ende der Runde sagt oder so Oder den Chat dazu auffordert, GG zu spammen Aber es war schon ganz lustig, weil ganz am Ende, vor allem in den letzten Runden, war das so, dass er War das dann immer so, wenn ich gewonnen habe, dass er dann irgendwie einen Themenwechsel gemacht hat Statt irgendwie das GG zu kommentieren oder sonst was, wie man das halt normalerweise macht Bevor das Video überstartet, könnt ihr gerne meinen Creator Code alvi4b im Itemshop nutzen Momentan sind wir 200 Unterstützer und wir waren vorgestern 210 Das heißt, Leute, ihr müsst auf jeden Fall daran denken, dass alle zwei Wochen dieser Creator Code verschwindet, weil Epic Games den rauslöscht Füllt auf jeden Fall dieses Feld aus und falls ihr mich supporten wollt, wie gesagt, Creator Code alvi4b, füllt dieses Feld auf jeden Fall aus Zu meinem Merch geht es mit dem ersten Link in der Beschreibung, checkt es auf jeden Fall mal ab Das war mein 20.000 Abonnenten Special und sonst bleibt mir eigentlich nichts mehr zu sagen, außer dass ihr diesen Kanal noch kostenfrei abonnieren könnt Dazu könnt ihr natürlich auch die Glocke aktivieren Dann verpasst ihr auch keine Videos mehr, aber jetzt würde ich sagen, wir starten wir die Video Let's go Autsch, das wird ihm gar nicht gut gefallen Ich kann hier einfach nicht, ich kann gerade nicht zu SMG wechseln, ich konnte nicht zu SMG wechseln Okay 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 Jawohl Botifischer Maybe 4 mit 8 Ah, das ist 1-hit Let's go Ah Ah Sehr gut GG Heißt, oben ist das meins, oder? Jawohl Weg mit dem Pam Das, äh, war nicht so lecker Jungen, ich wompam die Leute heute so krass weg, ne? Ah Oder weglasern Let's go Wenn jetzt wieder alles klappen sollte Ich denke aber ja Ich denke jetzt Sollte es wieder klar gehen Ja, also Perfekt, der sollte also Der ist unter mir, oder? Der andere So komisch, dass man die Namen halt sieht, ne? Aber Ach du Kacke war das genau Und Er gewinnt Sehr gut Ne, ich bin viel zu low Das überlebe ich niemals Ich bin der Beste Junge Weg hier Trampon weg Ah, jetzt aber schnell healen Junge, was mache ich gerade mit den Leuten? Nachladen Nein, ich muss nachladen Kannst du dich machen? Ich bin so low, ne? Ich bin einfach One-Hit Trägen mir einfach gar nichts Ich kann nichts machen Junge, ich bekomme hier sogar fast Okay, easy Lol Er war in der Wand festgesteckt Es soll nicht sein, Freunde Es soll nicht sein Ich drehe mich dann einmal und bekomme ins zu der 200er Stelle Weg mit ihm Nein, der Arme Bam Junge, ich... Was mache ich heute? Kann ich den Weg lasern? Junge, besseres Tracking Ach du Kacke Ah, schon besser Ah Jawoll Jawoll Komm Mach auf Krampf irgendeinen Kill Ich hin da irgendwie runter Nein Nein Ey, aber die Leute spielen so dumm auch Kann ich den runter lasern? Kann ich den runter lasern? Kann ich den runter lasern? Nein Nein Oh, er ist so low Ah ja Das war er Ich würde schon sagen Pfff, jetzt will ich da nicht durchkommen So weird gewesen Maximalweise immer Meine Waffe ist leer Hä? Junge, schnell lachen sollen Aber jetzt Eier Die war einfach leer Total tot Ich will die Fische denn noch haben Nice Hä? Hä? Wie war der nicht drauf? Der Trepp hat sich auch nicht geplaced Pop Champ Wow Wow Sandwiches Todes Mein Gott Ich dachte schon wieder Ich bin wieder abgeschmiert Oh mein Gott Ich hätte grad schon wieder Schock Momente Und 10 Abos noch 10 Abos noch Na, kann ich cleanen? Ich sollte auch voller sein, oder? Jawoll Perfekt Ich will einfach Die 100 1.500 Also 10 Abos noch Na, easy Oh Mann, ich bin Keine Ahnung Ich clean die ganzen Tag nur rein Ah Du, du Ich krieg's doch jetzt auch noch down, oder? Ja, kann ich nicht mehr viel haben. Was war denn da? Nein. Oh, jetzt. Wow. Okay, dann halt so. Mann, der erste Hit war halt Katastrophal. Oh mein Gott. Ist der unter mir? Oder wie? Ja, doch, da ist er. Ach du Scheiße. Ich hab gedacht, dass man deswegen Copyright Probleme kriegt, aber macht schon Sinn. Macht schon Sinn. By the way, ich muss wieder Musik anmachen. Das lieb ich im Boxfight. Komm, 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 geht down. Jawohl. Zwei noch. Mann, das macht halt so Spaß, ne? Dieses runter die Tieren. Nein, weg. Ich geh mir einfach noch 150. Ah, ich hätte hinten sollen. Das macht der Safe auf. Safe. Mach auf, Bro. Nice. Nice. Hä? Hä? Als ob er mich nicht gesehen hat. Glaub ich. Glaubt ihr, ich penne heute wieder? Eins in der Stadt, wenn ihr glaubt, ich schlafe heute wieder ein. Schönen? Ja. Tschönen. Tschönen. Musik. Schönen. 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 Tschönen. Doesn't fall down like